Gelegenheit macht Spielen! Jutschi Leute, willkommen zu meinem Let's Play, hier schon sehr, der Früh ist auch soweit und jetzt sind wir eigentlich mal bei Kashiba angekommen, einfach auf Umwegen. Tja, dank der Zuverrüstung sind wir halt im Wasserfall hochgeschwommen und trotzdem finde ich es einfach so ätzend, dass hier die Ständigkeit regnet und man das auch irgendwie nicht aussitzen kann. Ich meine, selbst wenn man ein Lagerfeuer macht, nachdem man ein trockenes Pesci gefunden hat und sagt mal bis morgens oder mittags und bis abends wartet, regnet es immer noch. Aber ätzend, man kann sich nicht mehr verfliegen, fliegen wir los. Den Blitz vom Himmel trotz der Held aus alter Zeit und öffnet die Heldenprüfung unter den Hügelwald. Naja... Das ist wirklich der Schrein-Sein hier, ach kommt, ja scheint tatsächlich so ein Fall zu sein, das... Moment mal, ich hab das... Soll ich allen Ernstes, äh... Ja, Metall. Ich hab gerade reingeluschert und das bestätigt, was ich anscheinend machen soll. Ich muss mich vor'n Blitz treffen lassen, das soll ja ernst? Naja, vielleicht hab ich mich auch verlesen. Metall, gut, ich hab hier viel Metall. Nehmen wir mal den hier. Nehmen wir mal den hier und die Schildnummer. Und... Ist das so Sand oder was soll das darstellen? Aus, als wäre das so wie Lava rübergeschwürt. Toll. Wenn es wirklich das ist... Link, es war schön, dich kennengelernt zu haben. Dein Blitz ist dir gelungen, den großen Glück sein zu tun. Das ist ein verbrochener Antiker-Schein-Signal. Ernst jetzt? Also, als Kashiva schon gesagt hat, den Blitz trotzen und so, dachte ich noch, soll ich tatsächlich einherzendes Metall anlegen? Zu sagen, soll ich das wirklich tun? Weil, äh, Leute, wer ist so bekloppt und macht sowas? Wer macht denn sowas? Ich meine, welcher Mensch mit gesundem Menschenverstand macht das? Also, äh, das ist doch Wahnsinn. Wo ist denn? Achja, ich habe ja keinen Bogen. Wo ist der Typ jetzt? Toll, vor lauter Blitzeinschlag habe ich jetzt total nicht mitgekriegt, wo der Typ ist. Aber warte mal, aktiviere mal das. Da kann ich mich dann gleich hoch teleportieren. So. So, die Donnerprüfung geschafft. Ja. Pasieren wir, was Kashiva sagt. Ich sehe jetzt, bei diesem Saufwetter sehe ich nichts. Ich höre so. Alter, der Blitz hat mich total mit Schucke gemacht. Ach, da hinten ist er. Ja klar, er war nicht so weit weg. Aber, ey, ich bin bescheuert, was wir hier machen. Lass uns jetzt wirklich vom Blitz treffen. Hast du das gesehen, Schucke, Kashiva? War bescheuert, was? Der Blitzer, den hier übel zerstört und darin war ein Schrein? Unglaublich. Da fühlt man sich selbst fast wie vom Blitz getroffen. Ich wurde vom Blitz getroffen. Achso. Stoff für ein neues Heldlied. Nur, der möge der Wippe nicht dafür sein. Okay. Ich mag mal, mir immer mit den Leuten so reden. Ach, ich sollte auch was futtern, weil der Pilz hat ganz schön mächtig was abgezwackt bei mir. Ach nee. Lass mir mal, es regnet so doll. So, ich hoffe, dass nach dieser ganzen Schose auch, auch jetzt endlich mal, okay, kommt das ja jetzt hoch. Ohne Probleme. Dass auch jemand mit dem Gewitter aufhört. Ich dachte, dass man ein Schrein suchen wäre, eine freiwillige Sache. Also es wäre besser gewesen, dass jetzt so meine Alleinmeinung, dass man, ja, also dass man, wenn man hier in der Gegend ist, dass es dann anfängt zu regnen und nicht da so rundherum. Erst wenn man oben ist, dass es dann anfängt zu gewittern. Und nicht ständig. Okay. Ich muss also die Prüfung nicht, äh, ich meine, ich muss nicht nur noch eine Rätsel machen. Ja. Tolle Prüfung, dass man sich wirklich unter Lebensgefahr begibt, um vom Blitz getroffen zu werden. Leute, macht das vom Himmelsweh nicht nach. Oh. Weil, wenn euch der Blitz trifft, dann, naja, da könnt ihr wirklich sagen, vor Glück sagen, wenn ihr das überlebt. Ja, manchmal, langsam frage ich mich, ob man wirklich einen Funken Wahnsinn sich tragen muss, um der Außerwäldeheld zu sein. Ich meine, wenn ich mal so sehe, welche Situation wir haben, wie zum Beispiel, wir mussten durch Wächter hindurch gleiten, um an ein Schrein zu kommen. Wir konnten das Rätsel eines Schreins nur dann lösen, wenn wir einen Schlüssel aus den, ja, aus der Truhe holen, und worüber uns, sag ich, ein eisener Würfel schwebt, ne, sag mal, war, der in jeder Sekunde runterkrachen würde und uns so zermatschen würde. Und jetzt halt diese Nummer. Ich meine, lass dich vom Blitz treffen, ne. Ja. Oh, 88 Schreine habe ich schon. Das ist ganz gut. Aha. Es ist trocken. Es ist jetzt auf einmal mit einem Schlag trocken geworden. Holy fucking shit. Also war es tatsächlich so, dass es wegen dem Schreien lag. Moment, Leute. Ja? Ja? Okay. Tschau. Okay. Tschau. So. Jetzt muss ich eh den Part beenden, weil gleich werde ich mit meinem Freund einkaufen gehen. Mal rösten wir mal wieder ein bisschen mehr aus, bevor ich es vergesse. So. Und dann speichern wir und dann werde ich mal den Part beenden. So, Leute. Das war's dann. Also, sieh mal daneh. Tschau. Vielen Dank.